Ja moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin heute bei Markus, beziehungsweise wir sind gar nicht bei dir, sondern bei einem Kumpel von dir. Jawohl. In Pennigbüttel, das ist bei Bremen und neben Markus steht Patrick. Patrick ist ein Freund von mir und Markus ist Besitzer dieses weißen Model 3 Standard Range Plus. Und Patrick fährt momentan ein Passat Diesel, möchte aber eventuell umsteigen auf Elektromobilität und hat mich gefragt, ob ich nicht jemanden habe, mit dem er mal einen Model 3 Probe fahren kann. Und da hat sich Markus dankenswerterweise bereit erklärt, uns mal seinen Wagen zu leihen. Der ist quasi neun, vier Wochen alt, drei Wochen alt. Standard Range Plus in weiß mit Aero Felgen, die momentan nicht drauf sind. Zumindest die Felgen ja, aber nicht die Radkappen. Und wir werden gleich mal einsteigen und Patrick wird seine ersten Meter in einem Tesla zurücklegen. Bist du schon gespannt? Ich bin aufgeregt. Ja, das glaube ich. Nach dem Intro geht's los. Solltet ihr kennen. So Patrick, jetzt fragst du dich natürlich, wo ist das Armaturenbrett? Wo ist mein Tacho? Du siehst mich hilflos. Nein, wir kriegen das schon hin. Aber das Lenkrad ist echt schön klein, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen wie in so einem Sport-Go-Kart. Ja, ich würde sagen, ich setze mich jetzt dazu und dann fahren wir los. Geht los, komm. Aber eine Sache muss ich noch erledigen. Markus kriegt zu lange meinen Model S-Schlüssel. Hoffentlich sehe ich ihn heile wieder. Aber das gilt natürlich für deinen Model 3 genauso. Also ich würde sagen, als erstes fahren wir nach Brinkum zum Supercharger. Da würde ich doch mal gucken, versuch das doch mal einzugeben. Du kannst natürlich per Sprachsteuerung. Aber mach doch mal die Karte an. Einfach aufs Auto drücken. Aufs Auto drücken? Ja. Nochmal. Nee, nee. Achso, hier oben das X. Entschuldigung. Das X. Ja, ja. Wo willst du hin? Zum Supercharger Brinkum. Kannst du auch anders machen. Einfach mal die Karte kleiner machen. Und Brinkum ist ja hier nicht weit. Da ist Brinkum. Da siehst du die Supercharger. Du kannst es auch hier auf das Symbol drücken. Auf das Symbol drücken. Dann siehst du die alle. Und dann siehst du hier die Liste der Supercharger, welche es gibt. Und dann gehst du zu Brinkum. Und da führt er dich jetzt hin. Und jetzt sagt er hier, du kommst dann mit 22 Prozent an. Gut. Dann probiere ich das aus. Boah, ist warm. Schade, dass er kein Schiebedach hat. Ich habe mich gerade kurz gefragt, ob ich den Innenspiegel elektrisch verstellen muss. Ja. Denn irgendwie geht alles elektrisch. Irgendwie geht alles elektrisch, ja. Aber für die Fenster gibt es noch Knöpfe. Stimmt. Da gibt es Knöpfe. Und du kannst die Belüftung auch hier mit diesen geckigen, die berühmten. Da hatte ich schon von gehört, ja. Ah ja, das ist ja richtig abgefahren. Das sieht hauptsächlich spacig aus, oder? Ja, das geht auch gut. Ah, okay. Schick. Gut. Ja, wenn du das Gas wegnimmst oder den Strom wegnimmst, dann bremst du sofort, ne? Genau. Das Verhalten kenne ich schon so ein bisschen aus dem i3, den wir schon mal proben haben. Aber der Tesla ist, glaube ich, da härter, was das Bremsen angeht. Beim i3 kann man einstellen, wie viel man davon will, von diesem Effekt. Ja, du kannst hier auf Standard oder Niedrig stellen im Display. Aber eigentlich will man eigentlich immer Standard haben. Niedrig ist dann halt mehr so Segeln. Was mir bei einem anderen Auto als erstes eigentlich immer auffällt, ist das Fahrverhalten so ein bisschen. Wie bewegt sich der Wagen? Wie ist denn für dich da der Unterschied zum Model S? Er ist, wie soll ich das sagen, wackeliger. Für meine Begriffe. Also er ist halt etwas härter gefedert scheinbar. Schwingt auch ein bisschen mehr nach. Also er liegt nicht so satt auf der Straße wie ein Model S. Ist auch klar, wiegt weniger. Und dein Radstand ist höher? Der Radstand ist höher, der ist auch breiter. Also du hattest mich ja vor den Blinkern gewarnt, ne? Dass man die irgendwie... Ja, was hast du mit den Blinkern festgestellt? Man kann tippen, dann blinken sie, ne? Genau. Das ist... Ja, es kommt mir so vor, wie es, glaube ich, auch im BMW-Standard ist, dass du, wenn du die vor dem ersten Druckpunkt bewegst, also quasi nur antippst, anwippst... Dann blinken sie dreimal, ne? Dass das dieses Komfortblinken ist, was du aus dem VW vielleicht auch kennst. Wenn du über den ersten Druckpunkt hinausgehst, dann ist der Blinker quasi eingeschaltet. Also dann blinkt er dauerhaft. Und um ihn auszumachen, musst du ihn wieder runterdrücken, ne? Das habe ich jetzt noch gar nicht probiert. Jetzt links abbiegen, aufstuppen Kohle. Können wir jetzt mal? Das reicht, ihn dann anzutippen zum Ausschalten. Ja. So. Ist da ein Fenster auf? Ja. Und wir wundern uns über Windgeräusche. Ja, wir wundern uns über Windgeräusche und hinten ist ein Fenster auf. Übrigens, also wenn das Fenster auf ist, Jens, dann hast du Windgeräusche. Das ist eine Erfahrung, die hatte ich so noch gar nicht. Ja, jetzt fahren wir also Model 3. Die ersten Meter. Findest du das irgendwie anders als normales Autofahren? Es ist natürlich anders. Die ganzen Kupplungsvorgänge fallen weg. Selbst wenn man in einem Fahrzeug mit Doppelkupplungsgetriebe Anwendung ist, dann merkt man das ja irgendwie. Der Wagen muss ja diverse Dinge entscheiden, während man Gas gibt, wie schnell wird eingekuppelt, ausgekuppelt und so weiter. Das fällt erstmal alles weg. Also ist jetzt stufenlos, geht es nach vorne. Selbst wenn man nicht dabei ist, brutal nach vorne zu fliegen, fallen diese ganzen Vorgänge weg. Ich habe das bei mir mit dem Schaltgetriebe oft, dass ich vom Gas gehe und dann merke, wie er irgendwie nachregulieren muss, schalten muss. Also das passiert hier nicht, das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Ich kenne es aber natürlich schon so ein bisschen aus der Probefahrt mit dem i3, wie das ist, mit dem Elektroantrieb, oder wie es zu sagen. Ansonsten bewegt er sich erstmal wie ein Auto. Ich meine, was hat er für eine realistische Reichweite, die Standardrange ist ungefähr 350 Kilometer. Du meinst auf Papier jetzt? Nee, realistisch. Achso. Also NEFZ hat er über 400. Und WLTP ist dann drin? WLTP meine ich. WLTP hat er 400 rund. Und wenn du jetzt 21 Prozent hast, da kannst du das ja ausrechnen, wie viel das ist. Das sind ungefähr noch 80 Kilometer. Wir haben aber nur 30 Kilometer bis zum Supercharger und dann selbst dieser Abstecher hier. Lass es nochmal 20 sein. Kommen wir locker an. Gar kein Problem. Guck mal, jetzt verbrauchst du 136 Wattstunden, also 13 Kilowattstunden. Das ist echt nichts. Ich kenne ja deine anderen Videos und von daher, gerade was die Langstreckentauglichkeit angeht, hast du da ja echt schon vieles gezeigt aus deiner Praxis. Mit welcher realistischen Reichweite bist du denn im Model S unterwegs, wenn du jetzt mal die Hersteller-Eingaben vergleichst mit dem, was du wirklich erlebst oder machst an Strecke-Reingabe? Ja, also ich habe ja die kleine Batterie, die 75 Kilowattstunden-Batterie und die realistische Reichweite ist vom Sommer und Winter etwas anders. Also im Sommer habe ich realistisch ungefähr 310 Kilometer maximal unter guten Bedingungen. Da fahre ich auch zügig, also da schleiche ich dann nicht. Aber 310 Kilometer oder sagen wir mal rund 300 Kilometer, um es mal ein bisschen abzurunden. Und im Winter sind es dann eher so 260, 270, 270 Kilometer realistisch. Und das reiht sich aber so gut wie nie aus. Also ich sehe zu, dass ich maximal mit 250 Kilometer Etappen kalkuliere, wo ich dann wieder laden muss. Aber das ist ja beim Supercharger-Netzwerk überhaupt kein Problem. Ich glaube, die längste Entfernung zwischen zwei Superchargern in Deutschland ist irgendwie 240 Kilometer. Zum Beispiel der in Hohen-Wahrs-Leben, wenn ich in Bremen losfahre und nach Berlin fahre. Der nächste Supercharger auf der Strecke ist in Hohen-Wahrs-Leben bei Magdeburg. Und das sind von Bremen 238 Kilometer. Und wenn ich dann im Winter losfahre in Bremen bei 100 Prozent, komme ich ungefähr so mit 10, 12 Prozent in Hohen-Wahrs-Leben noch an und bin aber 150 gefahren. Ah, okay. Also wenn ich langsamer fahre, habe ich dann mehr. Aber das ist so die weiteste Entfernung zwischen zwei Ladestationen. Und in der Regel liegen die so 130, 150 Kilometer auseinander. Das heißt, wenn du langsam fährst, sagen wir mal 120, 110, könntest du theoretisch nur jeden zweiten Supercharger. Dann würdest du einen auslassen. Dann hast du 260 Kilometer zwischen zwei Superchargern und kannst du deine Ladestrategie optimieren. Das hängt davon ab, wie viel Zeit du jetzt beim Laden verbringen willst. Kannst du dir aussuchen. Und was hast du dann so zur realistischen Reichweite von diesem Modell gehört? Verhält sich das dann so ähnlich, weil die Akkugröße auch vergleichbar ist? Die Akkugröße ist ja kleiner. Der hat irgendwie 52 Kilowattstunden nutzbare Kapazität, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Und der kommt damit, weil er weniger verbraucht, genauso weit wie ich, wenn nicht sogar weiter. Also dieser eine YouTuber, der im Video gezeigt hat, was passiert, wenn man mit 90 hinter einem LKW herfährt. Also dann kommst du mit dem Modell über 500 Kilometer. Und wenn du halt 120, 130 auf der Autobahn normale Richtgeschwindigkeit fährst, kommst du mit dem auch locker die 300 Kilometer. Und da steht ja dem Model S nichts nach. Er ist kleiner, er ist leichter, verbraucht weniger. Und wenn du jetzt mal deine Urlaubsfahrten mit den regulären Fahrten vergleichst, hast du auf den Urlaubsfahrten dann mit Gepäck und Hund und Kind und Fahrgästen tatsächlich einen merkwürdigen Mehraufwand? Also weniger Reichweite? Fast gar nicht, muss ich sagen. Also lass es im Bereich von 5 Prozent liegen. Aber das ist nicht wirklich signifikant, finde ich. Also jetzt auch gerade die Bodenseetour, wo alles voller Gepäck war, Dachbox obendrauf, da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwie spürbar weniger Reichweite habe. Aber das merkst du halt im Verbrauch auch. Ich fahre ja meistens immer so 140, maximal 150. Und da liegt der Verbrauch bei mir dann mit dem Model S bei 20, 21 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das Model 3 wird wahrscheinlich deutlich drunter liegen, unter 20, also eher so 18 Kilowattstunden. Und das kann man sich dann auch ausrechnen. Meine nutzbare Kapazität ist ungefähr 63, 64 Kilowattstunden. Wenn du das durch 20 Kilowattstunden teilst, weißt du, du bekommst ungefähr 300 Kilometer. Also da muss ich sagen, da ist die Reichweite eigentlich ausreichend. Du musst halt eben die Ladestops einkalkulieren. Und da du aber ja nie bis Null fährst, sondern in der Regel, sagen wir mal, bei 10% oder 5% Minimum beim Supercharger ankommst, lädst du meistens so zwischen 10 und 70, 80%. Und mit den 70, 80%, die du aufgeladen hast, kommst du locker zum nächsten. Also eigentlich lade ich immer nur so viel, dass ich zum nächsten Supercharger komme. Dann sind das oft auch nur 65%. Und gerade das Model 3 lädt ja wahnsinnig schnell. Also du hast hier locker 120 kW an Ladeleistung. Da kommst du zwischen 10 und 65% bis zu 20 Minuten wieder weg. Das schaffst du es gerade mal aufs Klo. Also ich stehe jetzt erst mal auf dem Bremspedal übrigens, weil ich anhalten muss. Nicht, weil ich verzögern will, sondern... Genau, weil du anhalten musst. Dann musst du mal brennen. Vorher komplett ohne Bremse gefahren. Und wie ist dieses One-Pedal-Driving so? Fühlt sich das gut an? Also ich finde das ganz nett. Total. Also ich habe das tatsächlich, wie gesagt, beim i3 auch schon ausprobiert. Und ich habe mich ja jetzt auch schon eine ganze Weile im Kopf damit beschäftigt, wie es ist. Auch mit deinen Reichweiten und Spielchen in deinen Videos so ein bisschen auch gedanklich beschäftigt, wie sich das Verhalten einfach ändern muss, wenn man mit Strom unterwegs ist auf vier Rädern. Ja, man fährt ein bisschen anders. Man fährt auch vorausschauender. Also man sollte es zumindest tun, weil dann hat man mehr davon. Man rekuperiert. Also du hast jetzt hier 12 kWh auf 100 verbraucht. Das ist natürlich... Bisher. Liegt auf dem Niveau meiner Zoe. Ja, das war aber jetzt ja auch quasi Landstraße 70, 80 kmh. Jetzt nach links auf die Auffahrt A27. Ja, gut, aber du fährst ja auch im Normalbetrieb auch Landstraße, fährst in der Stadt, bist ja jetzt täglich nicht auf der Autobahn unterwegs. Das ist richtig, ja. Und dann würde es eher so bedeuten, dass du an die 400 im normalen Fahrbetrieb, Alltagsbetrieb kommen würdest. Was ich mich eben vorhin dann gefragt habe, wie dieses spartanische Innenleben hier. sich in der Praxis bemerkbar macht. Und da muss man sich natürlich schon erstmal umgewöhnen. Wo orientiere ich mich mit den Blicken? Wo stelle ich den Informationsbedarf, den ich so während der Fahrt so habe? Hatok. Mache ich im Moment noch viel verkehrt, weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Aber ansonsten... Das heißt, wenn du jetzt nochmal nach unten drückst, geht vielleicht der Autopilot an. Jetzt mal schnell. Ah, jetzt ist der Autopilot an. Alles klar. Jetzt kannst du loslassen. Okay. Wir hatten versprochen, wir bringen Heile zurück jetzt. Das sind jetzt die wichtigen Dinge, die wir testen. So schlimm war der Zusammenschluss aber noch nicht. Ich würde gerne die Extras, die ich einsammle, mal eben aktivieren. Wie geht das? Wie wäre es, wenn wir erstmal zum Supercharger fahren? Ich bin nur auf dem Weg. Ach so. Das ist geil, was du hast hier. Die Papageien sind nur im Weg. Jetzt wollen wir nach Brinkum zum Supercharger. Dann, wie gedacht, auch mal hin. Ich gucke mir erstmal alle Charger an, die es so gibt in der Umgebung. Du hast die rote ja schon eingestellt. Du hast ja bei dir in der Anzeige noch so einen Verlauf des Stromfahrtbedarfs. Gibt es da... Ah, ja, 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 ja. Das ist das hier, diese Energieanzeige. Da siehst du halt, dass du jetzt noch 83 Kilometer Reichweite hast, zum Beispiel. Ja, da sieht man aber auch, dass ich noch halbwegs zackhaft unterwegs war wahrscheinlich. Ja, und der Durchschnittsverbrauch der letzten 50 Kilometer ist echt gut. Du kannst es auch aktuell machen. Aktuell hättest du, so wie du jetzt, wenn du jetzt den Fuß nicht mehr bewegst, hättest du 140 Kilometer Reichweite. Da siehst du, dass du da Energie gehonden hast, weil du irgendwie sehr stark rekuperiert hast. Und diese graue Linie ist die typische Reichweite von Model 3. Und diese gestrichelte Linie ist sozusagen gerade dein Durchschnitt. Das heißt, du liegst momentan unter der typischen Reichweite. Das ist fest sehr sparsam. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, muss ich sagen. Und hast du überhaupt mal so Vergleichsrechnungen angestellt? Betriebskostenmäßig? Ja, bin ich gerade dabei. Ich habe gerade ein Video in Vorbereitung, wo ich das erzähle. Du teased das doch mal. Ich kann ja schon mal anteasern. Also es ist so, dass meine beiden Verbrenner, die ich vorher hatte, das war eine B-Klasse und ein E-Cabrio. Und jetzt die Zoe und der Tesla, ein Jahr lang. Wenn ich mir diese Jahreskosten anschaue, dann liege ich bei beiden Autos mehrere hundert Euro drunter. Mehrere hundert Euro? Und in welcher Zeitspanne? Ein Jahr. Ach so, okay. Oh ja. Geht noch. Das haben wir so noch fast geschafft. Hallo. Ja, dann steck mal rein. Du musst den CCS, nee, nee, du musst den CCS-Stecker, nee, den oberen. Das ist für Model 3. Auf geht's. Blinky, blinky. Es blinkt. Ja. Weil siehst du, er steigt jetzt so langsam hoch. Und er müsste bei 120 oder so ankommen eigentlich. Ja. Aber er bleibt jetzt hier unter 100. Okay. Ja, jetzt ist aber 100. Überlegt sich das noch. Guck mal, er lädt 700 Kilometer pro Stunde. Das ist Speedway. Kann man nicht meckern. Ja, Patrick, dein erstes Mal Supercharger. Und wie ist jetzt so ein bisschen so dein Resümee? Du bist jetzt ja ein bisschen gefahren. Landstraße, Stadtverkehr, ein bisschen Autobahn. Wie findest du es so? Gut. Könntest du dir das vorstellen? Ja, ja, absolut. Also hat deine Entscheidung jetzt nicht irgendwie Fragezeichen bekommen? Nein, also ich denke da schon ein bisschen länger drüber nach. Praxistauglichkeit ist, glaube ich, tatsächlich kein Problem. Ein bisschen vom Verhalten her, dass man sich da verändern muss, ist klar. Aber die Veränderungen sind marginal. Zumal, wenn man sich damit befasst und eh bereit ist, ein bisschen was anderes zu machen, dann ist das kein Problem. So wie ich deine Fahrweise jetzt gerade gesehen habe, wirst du sowieso, wenn du so ein Auto fährst, irgendwie zum Reichweitenweltmeister. Ah ja, gut. Also so sparsam, wie du jetzt gefahren bist, die letzte Stunde, ist schon enorm. Wir müssen noch ein Stück finden, wo wir die Beschleunigung noch einmal ausprobieren können, dann verbräuch ich noch ein bisschen. Dann müssen wir jetzt auf der Autobahn zurückfahren. Das ist prima kurz. Leider haben wir hier keine Echtzeitverkehrsdaten. Das ist jetzt ein bisschen ein Risiko. Ja. Können wir mal auf dem Handy noch mal gucken, ob da verkehrsmäßig Platz ist. Ja genau, oder kommt schon wieder das Nächste. Also hier im Brinkum beim Supercharger, wo ich jetzt hier stehe mit Patrick, da ist echt der Bär los. Es kommen hier ständig neue Autos an und fahren wieder welche ab. Und wenn ich bedenke, dass bis vor vier Wochen, vor sechs Wochen nur dieser kleine Vierer-Supercharger hier in Stur war, ich frage mich, wie die das gemacht haben. Die haben doch hier stundenlang Schlange gestanden. Also beim Rumgehen um das Fahrzeug sind uns noch ein paar Sachen ausgefallen? Ja, vor allem die Spaltmaße. Also wir haben gemerkt, dass die Verarbeitung ein wenig fragwürdig schon ist. Also ich kann euch noch was zeigen hier. Pass mal auf. Wenn man das jetzt so sieht, das ist schon nicht so schön. Auch hier die Linie läuft da oben eng zu. Hier läuft sie breit auseinander. Man weiß auch nicht, ob das Bauteil hier wirklich abschließen soll mit dem Scheinwerfer. Nein, und wir haben auch festgestellt, dass die weiße Farbe hier von dem Kunststoffstoßfänger doch abweicht von der weißen Farbe der Frunkhaube. Also sie ist leicht dunkler. Auch so, als wäre sie nachlackiert worden. Das kann man schlecht sagen. Aber auf jeden Fall ist der Farbton irgendwie leicht dunkler. Kann auch am Material liegen. Dass die Farbe mit dem Kunststoff irgendwie anders reagiert als mit dem Alu hier. Das ist uns aufgefallen und naja, so ein paar Sachen hier vom Dach, die Linie hier, das ist natürlich nicht ganz gerade. Das merkt man schon. Und deine Frau sagte gerade, dass auf der Autobahnfahrt vorhin das Windgeräusch hinten schon ein bisschen lauter war als bei euch beim Passat. Der Wagen nicht so gut gedämmt ist offensichtlich. Ja, und mit dem Glastach, das bringt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geräusch mit sich. Das Glastach wird das Geräusch reinlassen. Ja, ansonsten ist es aber trotzdem so, dass einem nicht auf den ersten Blick irgendwie was Negatives auffällt. Da muss man schon wirklich hingucken, genau hingucken. Also auf der weißen Farbe sieht man halt alles mögliche. Dafür kann jetzt die Elektromobilität nichts... Nein. Das fällt an der weißen Farbe einfach. Ja. Aber ich finde, so ein weißes Model 3 passt wunderbar zum weißen Supercharger. Fahrt jetzt. So, wir haben jetzt hier nur ein bisschen gequatscht und haben jetzt schon 50 Prozent. Da ist ein... Ne, ne, Moment. Hier ist ein Taster. Einmal draufdrücken mit dem Daumen. Gut, Klappe zu, Kaffee tot. Ja, dann schauen wir doch mal, was jetzt im Tank ist. Guck mal, wir haben aus Versehen 50 Prozent geladen. Wir haben hier gestanden und wir sind mit 16 angekommen. Also so schnell geht das. Cool. Dann sollten wir zurück nach Hause. Jens ist bereit. Beschleunigungstest. Hinter mir ist niemand. Wir fahren 28 kmh auf dem Beschleunigungsstreifen. So heißt es da, deswegen beschleunigen wir jetzt mal. Okay, ich bin fertig. Fertig, los. 100. Okay. Ausreichend. Das war bergauf schon sehr unterhaltsam. Ja, wir sind wieder da. Patrick, du bist jetzt irgendwie zweieinhalb Stunden Model 3 gefahren. Wie war es denn so jetzt? Als Fazit vielleicht. Kommt das Auto für dich in Frage? Absolut, klar. Also ich glaube, der macht alles mit, was wir so im Alltag veranstalten. Sowohl Gepäck als auch Familie. Das kriegt man gut hin. War es so schwer, dich umzugewöhnen, auch gerade mit dem Navigationskonzept, also mit dem Bedienungskonzept und dem Display? Ne, ich habe jetzt zum Schluss nicht mehr viel vermisst. Also klar ist das komisch, wenn man nicht mehr durchs Lenkrad guckt und immer irgendwie sich in die Mitte orientieren muss. Aber das ist eine reine Gewöhnungssache. Und Performance war auch ausreichend vom Standardmodell? Ich muss so lachen, weil das natürlich nichts zu tun hat mit einem Verbrenner. Zumindest nicht, wenn wir, so wie ich, kein Porsche 911 fährt. Dann ist das, also wir haben mal einen Beschleunigungsstreifen tatsächlich ausprobiert als Beschleunigungsstreifen. Und das war schon sehr beeindruckend. Ja, es fühlte sich gut an. Ich saß hinten zu dem Zeitpunkt. Also man wurde schon... Als Kameramann praktisch. Ja, als Kameramann, genau. Und jetzt haben wir einmal kurz geladen in Brinkum. Meinst du, du kommst mit der Laderei dann irgendwie zurecht im Alltag? Ja, es ist halt die Umgewöhnung, dass man bei jeder Gelegenheit in Anführungsstrichen tatsächlich sich anstöpselt. Also bei jeder kleinen Pause einmal kurz sich anschließt. Also nicht klassischer Verbrenner, also fahren, bis man leer ist und dann kurz tanken fahren und dann wieder weg. Also man fährt halt anders. Ja, genau. Also ein bisschen anders, aber auch nur. Also ich finde es jetzt nicht schwierig, da umzudenken. Das ist bestimmt kein Problem. Ja, super. Und dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass wir den Wagen machen. Vielen Dank. Geinlegen. Man verführt ja gerne. Ich glaube, wir haben Patrick und auch seine Frau ein wenig überzeugt, schätze ich mal. Also ich glaube schon, dass der Wagen in die nähere Kalkulation jetzt einbezogen wird. Und mal gucken, wann es soweit ist. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Dann melden wir uns um. Und benutzt meinen Referral-Code. Na klar. Du kannst auch meinen benutzen. Jetzt, jetzt, komm. Wer bietet mehr? Moment. Alles klar. Ja, das war es erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal und benutzt meinen Referral-Code. Bis dann. Ciao.